Ja moin zusammen, super, dass ihr so kurz vor dem Wochenende wieder dabei seid. Der Rieder-Berater packt aus und endlich ist es da. Das Robin-Koch-Gerücht, wir sind wohl an Robin-Koch interessiert. Es wurde auch langsam Zeit und holt Borussia nur Qualitätsspieler. Die Frage werden wir heute beantworten, viele spannende Themen. Und vor dem Wochenende, ihr kennt es, Abo und Daumen ist immer kostenlos und Ehrensache. Ich wiederhole mich da gerne. Also starten wir rein. Gut gelaunt ins Wochenende und Fakt ist, Borussia will Rieder und Rieder steht bei Borussia Mönchengladbach auch ganz oben auf der Liste. Das hat der Berater von Fabian Rieder gesagt. Ich glaube auch, dass Rieder gerne zu Borussia Mönchengladbach kommen würde. Allerdings ist da noch ein Hindernis. Wir wissen es, die Finanzen, das bestätigt auch Rieders Berater. Der finanzielle Weg muss erstmal freigemacht werden. Und das geht allerdings nur durch Verkäufe. Ich finde es ein bisschen schade, wenn wir so einen jungen Mann bekommen könnten. Und danach sieht es ja aus, dass man da nicht so ein bisschen ins Risiko geht. Und was ich mich frage, ist, dass wir absolut gar kein Transferbudget haben. Also wir haben ja wirklich gefühlt null Transferbudget. Und wir müssen erst verkaufen, um Spieler zu kaufen. Also dass wir wirklich keine 5 Millionen haben für Transferbudget, finde ich so ein bisschen komisch. Und es wäre natürlich extrem bitter, wenn du dir so einen Jungen durch die Lappen gehen lässt. Das wäre extrem schade. Und wir sollten nicht am falschen Ende sparen. Das ist jetzt ein anderes Beispiel. Aber Schalke hat es letztes Jahr brutal erlebt. Jeder Hobbysportmanager, auch ich, habe gesagt, mit Frank Kramer gewinnst du keinen Blumentopf. Was passiert? Der wird nach 10 Spieltagen circa entlassen. Dann holst du einen guten Trainer mit Reis. Verpflichtest im Winter gute Spieler wie Moritz Jens. Und machst noch was für die Kaderbreite. Und hätten die das am Anfang der Saison gemacht, wären sie zu 1000% nicht abgestiegen. Und da hat bei Schalke das Risiko gefehlt. Und den Preis zahlen sie jetzt brutal mit der 2. Liga. Das wird uns wahrscheinlich nicht passieren. Davon gehe ich mal stark aus. Aber meine Botschaft ist da einfach, Schippers, mach den Beutel auf. Weil Fakt ist auch eins. Nur durch sportlichen Erfolg kommt auch wieder finanzielle Freiheit. Also eine bessere finanzielle Lage. Das kann ich euch sagen. Weil, ja, wenn wir immer weniger investieren und immer weniger investieren und sportlich dafür immer, immer und weiter absagen, ist das so ein Strudel. Das muss beide stimmen. Sportlich Erfolg und Finanzen. Also meine Botschaft habt ihr gehört. Der Beutel muss aufgemacht werden. Damit wir Fabian Rieder holen können, der aktuell noch bei der U21-EM ist. Ich glaube, das kommt richtig Wind rein, wenn die U21-EM vorbei ist. Und da sind noch einige andere Spieler. Dazu kommen wir aber jetzt gleich. Auf jeden Fall, wir haben es schon vor ein paar Wochen gesagt, Robin Koch könnte interessant sein für uns, weil er ablösefrei ist. Möglicher Elwedi-Nachfolger, möglicher Etakura-Nachfolger sollte da ein Bombenangebot für reinkommen. Und wie gesagt, Robin Koch ist ablösefrei, ist mit Leeds United abgestiegen. Dadurch hat sich sein Vertrag aufgelöst. Man sagt auch, er würde eventuell auch gerne wieder in die Bundesliga zurück. Das bleibt abzuwarten. Ich fände ihn sehr gut. Ich fände ihn sehr gut. Und die Transfergerüchte. Könnt ist nur meine Interpretation. Ich bin mal auf eure Meinung gespannt. Ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass Gladbach nur Qualitätsspieler verpflichten will. Den Begriff hat Farke schon gerne genutzt. Mir gefällt der. Ich übernehme ihn einfach. Ich glaube, dass Gladbach nur Qualitätsspieler kaufen will. Ich glaube, intern ist man sich klar, wie zum Beispiel Luca Waldschmidt, einen Quarteng oder einen Ferrai, die jetzt vom Markt sind. Ich glaube, da hat man einfach intern gesagt, Leute, das ist nicht die Qualität, die wir brauchen. Wir möchten ein Regal höher greifen. Und das sind dann halt diese Rieders, Kochs und Yashari zum Beispiel. Und wenn man die bekommt, alles richtig gemacht. Weil man muss auch ehrlich sein, auch wenn viele so einen Waldschmidt-Transfer für die Breite sich gewünscht hätten, ist das natürlich auch ein Spieler ähnlich wie Philipp Max, der seit Jahren keine gute Leistung mehr gebracht hat. Und das ist durchaus mit einem Risiko verbunden. Und ob die Quarteng und Ferrai, die durchaus sehr gute Kicker sind, wieder Richtung einstelligen Tabellenplatz schießen, sei mal dahingestellt. Und wenn man als Gladbach sagt, nein, das sind nicht die Qualitätsspieler, die wir brauchen, finde ich das vollkommen okay. Wir holen drei bis vier richtige Qualitätsspieler und füllen den Rest mit jungen Folien auf, finde ich das absolut gut. Und vielleicht sehen wir nächstes Jahr Rieder, Koch, Amduni, Yashari und Füllkrug bei uns und wir spielen wieder Champions League. Die Namen habe ich mir jetzt mal aufgeschrieben, so einfach kann es gehen. Nicht zu ernst nehmen. Ich bin einfach optimistisch, gut gelaunt. Und ich freue mich einfach, wenn wir wirklich so gute Transfers realisieren können, wie zum Beispiel auch diesen jungen Mann hier. Gladbach streckt die Fühler nach Yashari aus. Das kam heute nochmal in Artikel. Wir kennen ihn alle, kam auch schon öfters bei mir in der Folge vor. Und eine Achse mit Weigel auf der 6, Yashari und Rieder auf der Doppelacht in einem 4-3-3. Also das ist mir klar, dass wir nicht direkt nach Europa kommen, aber dann wärst du halt für die Zukunft überragend, dass man sich aufgestellt hat. Jetzt wieder richtige Werte. Die Jungs werden sich noch entwickeln. Beide Linksfüße auf der 8. Beide können auch mal einen Ball aus der Distanz reinhauen, was uns auch krank gefehlt hat. Das konnte theoretisch oder hat fast nur Lars Stindl in der letzten Saison geschafft. Und wenn du dir dann, wenn du die Jungs dann einfach entwickelst in ein paar Jahren, würde das ein erfolgreicher Weg werden. Aber dafür, wie gesagt, musst du ein bisschen den Beutel aufmachen. Also mein Traum wäre wirklich, Weigel, Rieder und Yashari auf der 8. Das wäre top. Dann noch einen Stürmer dazuholen, Innenverteidiger und ab geht die Luzi. Ihr kennt es. Wir wissen es. Wir wissen es alle. Und wer finanziert die ganze Schose? Wir haben einen, der gestern schon Man of the Match geworden ist gegen Italien bei der U21-EM. Manu Kuni, Man of the Match in dem Spiel geworden. Und wenn jemand den in Europa haben will, ist das nicht schlecht für uns, wenn der junge Mann eine gute U21-EM spielt. Der Anfang ist gemacht. Gewinn wird wegen mir auch noch U21-EM. Weltmeister, die Deutschen haben unglücklich verloren. Luca Netz hat eine ordentliche Partie gemacht. An seinen Flanken muss er noch ein bisschen arbeiten. Aber ja, ich gönne dem Manu das. Und wie gesagt, Luca Netz hat gegen Israel eine ordentliche Partie gemacht. War so ein bisschen, ja, die Flanken waren so ein bisschen ausbaufähig. Aber wo soll es auch herkommen? Dem jungen Mann müssen wir einfach die Daumen drücken. Vielleicht spielen wir auch eine Fünferkette nächstes Jahr. Wir müssen es mal abwarten. Netz war auf jeden Fall ordentlich. Und ich habe mir mal die U21, also das Spiel angeguckt, da spielen schon sehr gute Kicker. Also wer mir aufgefallen ist, Wagnumann von Stuttgart wirst du nicht bekommen. Bisek, alter, war es eine Kante. Auch wenn er Ex-Kölner ist, jeder macht mal Fehler. Aber Bruder, der in der Innenverteidigung, das ist schon eine Statur gewesen. Kraus war sehr gut. Jessica in Gangkamp finde ich für uns immer noch spannend. Da spielen schon sehr, sehr hoffnungsvolle Talente. Tom Kraus natürlich auch. War ein spannendes Spiel. Und ich werde die U21-EM natürlich auch weiter verfolgen. Und den habe ich jetzt nochmal reingenommen, weil ich ihn letztes Mal falsch ausgesprochen habe. Danke dafür auch für die vielen Verbesserungen. Wir wissen alle, Seohanes Mundspieler ist eventuell Kiarodia. Kiarodia, immer noch falsch ausgesprochen. Ausstiegsklausel bei Bremen von 2 Millionen, wenn wir uns mit dem Spieler einig werden. Können wir ihn verpflichten für 2 Millionen, aber wie gesagt, wir kommen immer aufs gleiche Thema zurück. Dafür muss der Beutel aufgemacht werden, weil die Gleichung ist, sportlicher Erfolg, gleich bessere Finanzen. Andersrum wird es schwierig. Und einen, den wir definitiv nicht bekommen werden, der mit dem wir heiß in Verbindung gebracht werden, ist Leandro Morgalla. Das ist schon der absolute Wahnsinn. Also wenn das stimmt, was die Quelle hier behauptet, ich glaube, die Sportbild ist es im Endeffekt. Ich will jetzt kein doch. Laut Bildinformationen wird eine Ablöse von 2,5 Millionen fällig, was natürlich für einen Drittligaspieler eine ordentliche Summe ist. Klar ist er erst 18, junges, hoffnungsvolles Talent. Geht zu RB Salzburg, aber mit Boni sollen die wohl bis zu 10 Millionen bekommen. Das ist natürlich schon dann ein absolutes Risiko-Invest. Das muss man sagen. Adi Hütter wird eventuell neuer Trainer von Ars Monaco und da wird er auf unseren ehemaligen Spieler Breel Mbolo treffen. Würde mich für Adi Hütter freuen, wenn er wieder zurück ins Fußballgeschäft kommt. Schlecht wird er nicht gelebt haben die letzten Jahre, weil wir haben natürlich auch ordentlich Abfindung bezahlt. Und der DFB kommt wieder auf gute Ideen für die neuen TV-Rechte. Ab dem Jahr 2025 sollen noch intensivere Interviews geführt werden vor dem Spiel in den Halbzeiten und auch so ein bisschen mehr Insights von den Kabinengängen. Ich habe da noch eine Monetarisierungsidee. Vielleicht machen wir auch für Borussia Mönchengladbach Onlyfans-Kanal auf und filmen in der Dusche. Das ist natürlich nur Spaß, aber ich weiß nicht, wo soll es denn noch hingehen? Wo soll es denn noch hingehen? Für alle, die nicht über 18 sind, Onlyfans ist über 18, können wir nichts machen. Ja, und wer für Onlyfans nicht kennt, also wenn ihr über 18 seid, könnt ihr es gerne mal googeln. Ist natürlich nur eine Spaßidee, aber wie man merkt, ja, es wird immer wilder und vielleicht kriegen wir demnächst auch Insights aus der Kabine. Das wäre natürlich schon spannend, muss man schon sagen, aber ob das überhaupt möglich ist, sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall soll es intensivere Interviews und Aufnahmen ab dem Jahr 2025 geben und abschließend möchte ich mit dem Fohlen-Echo, muss man einfach sagen, dass man sowas noch vom Verein nach Hause geschickt bekommt, ist einfach der absolute Wahnsinn. Am meisten feuchte ich immer eigentlich auch so auf das Cover-Bild, weil so viel Mühe wie sich da reinstecken. Ich finde es einfach geil, dass man sowas noch zur Verfügung bekommen hat und ja, anlässig, dass 50 Jahre ist es schon her, das Tor, die Selbsteinwechslung von Günter Netzer, absoluter Wahnsinn und ich hoffe, das wird uns immer erhalten bleiben, auch die Print-Ausgabe, dafür zahle ich auch gerne 5 Euro mehr, wenn es sein muss, weil es ist einfach Tradition und das gehört zu unserem Verein, das Fohlen-Echo und damit entlasse ich euch alle ins Wochenende. Es war wie immer eine klasse Folge, gut 10 Minuten und jetzt lasst ein Abo und Daumen da und habt ein schönes Wochenende. Ciao. Wir sind Borussia, die Raute ist, was hier zählt, da ist kein Check voller Leidenschaft für den besten Verein der Welt. Bullschieß Borussia, die Raute ist, was hier zählt, alle Gleichkeiten über den besten Verein der Welt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017